Hallo zusammen! So, wir schauen uns das Ganze mal bei Licht an. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Was bist du, Feldvogel? Lasst mal sehen. Ein Brief. Ich weiß nicht von wem. Das wollte er nicht sagen, nur dass er ein Freund von euch sei. Das war's dann wohl. Ich muss los. Gar nichts mit Bogen zu tun haben. Die Axt ist geil. Ernsthaft. Okay. Wir könnten doch einfach mal sagen, folgt mir doch einfach. So. Dann gehst du einfach mal mit mir und dann können wir das zusammen machen. Ach so, genau. Wir haben ja eben was vom Kurier bekommen. Smelting Update. Das brauchen wir uns jetzt nicht großartig durchzulesen. Das ist jetzt einfach bloß... Ich wollte nicht das. Ich wollte den Smelting Guide durchlesen. So. Das ist die Mod für die ganzen... Wie sagt man? Für das Schmieden nun mal, ne? Dass ich mir die Krüge und sowas zusammenschmiegen kann und ähnliches zu Eisenbahn. Smelting Blues halt, ne? So. Wir gehen weiter. So, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Weißlauf. Jetzt wirklich, weil wir haben ja jetzt doch schon ziemlich übersprungen. Ich bin sogar im Überlegen, weil ich in der letzten Folge da hingesprungen bin, dass ich ab jetzt erstmal gar nicht mehr springen werde. Wir werden die ganzen Wege einfach schön laufen und die Landschaft genießen. Dafür sind ja auch diese ganzen Grafik-Mods da zum Genießen des Ganzen. Und auch für die... Ja, puh... Sounds im Hintergrund... Sind ja erneuerte Sounds. Was war das? Bist du gestolpert? Wie heißt du denn eigentlich? Fahndal... 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 Ich nenne dich, ähm... Ähm... Spitzohr. Spitzohr nenne ich dich. Ganz einfach. Wie man die Elfen halt so nennt. So, und ich weiß jetzt aus Gründen, dass hier ein Wolf ist. Und hier ist ein toter Wolf. So. Okay, die Axt ist geil. Muss ich schon sagen. so wir laufen hier einfach mal so entspannt weiter wir könnten auch ein bisschen rennen da müssen wir nicht nur noch da guckt doch einer an aber wenn ich die jetzt töte ist er böse warte mal du verpässt dich ja genau verpässt dich einfach okay ich will dich nicht in der gruppe haben was ich will es diesen riesen hier blatt machen das soll mir dem gefangenen helfen krieg ich ein kopfgeld weil der da hinten das mitkriegt ich war es nicht aber die pfeile nehme ich jetzt auch nicht mehr mit gefangenen befreien wenn ihr wahre söhne und töchter von himmelsrand kennt dann sagt ihnen sie sollen nach windhelm eilen einschlag und der sturmantel war im marsch okay der 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 sturmantel kaiserlicher soldat da war doch eben sturmantel ach wahrscheinlich wegen ihm komm wir laufen wir laufen wir laufen die wege der typ ist so schlecht in form ich glaube ich hau dem mal zukünftig ordentlich auf ausdauer rein hier auch wieder man sieht man muss sie immer gut es sind jetzt wenig bäume irgendwie stimmt was mit dem mod nicht was ist mit ihr normalerweise ist hier alles schön voll mit bäumen und die ja die wasserqualität ist auch meiniges besser als im original das ist schon schön da vorne klatscht der riese vor sich hin das ist auch sehr schön laufen wir mal hingucken was da los ist ne da flog ein pfeil ach guck mal jetzt sieht man die bäume hier besser ich will mitmachen oh der riese ist tot ihr habt mir den spaß weggenommen ja das hat sich erledigt und das haben wir nicht euch zu verdanken ja pff jetzt halt nahrer hab ich gewartet der nächste milch trinken der ruhm kommt nur zu denen die triumphieren okay und wir gefährden müssen uns unseren ruhm immer ihr seid ein orden von kremen und wir lösen jedes problem wenn die bezahlung gut genug kann ich verstehen kann ich verstehen aber wisst ihr guckt mich an guckt euch an ne ich mach euch in windeseile blatt ne ein schlag und ihr seid weg so ja genau das ist wahrscheinlich deine tage du blöde kuh ich milch trink jetzt an den wölfe so hier sieht man auch gleich viel hübscher ja gut wer es nicht kennt ne dem wird das nicht auffallen aber es ist ein krasser unterschied so die stelle haben wir schon mal entdeckt man müsste xp bekommen wenn man solche plätze findet oh die kai chi center nein ich handel jetzt nicht mit denen ich gehe jetzt erstmal hier durch und gucke mir die gegend hier an ein hühnchen das ist schön hier auch wasser sehr schön alte frau hühnchen hühnchen aha ja hi die stadt ist wegen der drachen abgeriegelt zutritt nur mit amtlicher na schön aber wir behalten euch im auge das sind sehr leicht zu überreden gewachen im übrigen ne ich hätte die gekündigt wenn ich herrscher wäre was ich auch bald bin ich übernehme das ganze land so wir sind in weißlauf angekommen ja ja macht ihr zwei ruhig so jetzt gehen wir mal ans schmelzen hier haben wir auch schon start das ist das falsche aber ist auch ein mod so hier da können wir zum beispiel die krüge können wir jetzt zu eisenbachen machen das ist ja schon mal was das eisenschild auch den eisener helm nehmen wir auch den silberring könnt ihr mal weg machen so ok das wars schon und wir können natürlich auch ein bisschen leder herstellen mit den geht das schon ja genau mit den pelzen und mit den fell mit der fellarmor genau bärenpelz noch so du warst doch wieso läufst du jetzt darüber bist du doof hi ähm so natürlich bitte so können wir gleich mal machen ich möchte jetzt erstmal gucken oh ich bin's fast überladen ok dann gehen wir mal hier rein und ach ich bin's gewöhnt auf f das zeug zu öffnen darum drücke ich an dauernd f aber wenn man f drückt geht man in die ähm außenperspektive so ähm so was habt ihr denn zu verkaufen so ziemlich alles du hast ja ein bisschen geld also kann ich bei dir ruhig ein bisschen verkaufen so die nicht der ist ordentlich was wert aber den möchte ich eigentlich nicht den bogen kann ich verkaufen den kriegshammer eigentlich auch in zwischenzeit bekleidung guck mal wir haben noch das schild falls wir dann doch auf einhandwaffe umsteigen was ich aber nicht denke so das will ich auch behalten die pelzstiefel kann ich noch weg das haben wir hier nur noch ein bisschen bachen mh das freut mich ich mache auch sehr gerne geschäfte mit dir kauf mir bloß mehr ab so jetzt gehen wir direkt zur nächsten mod und zwar ist das die fallover mod müsste jetzt hier drin sein wenn nicht ist wieder was schief gelaufen ach doch da sitzt du doch ich hab dich nicht gesehen süße die ella ja folge mir so unsere neue begleiterin allerdings ähm den nehme ich dir ab ihr geht vor ich folge hat seine gründe ne weil der tut mir nämlich am meisten weh und die haut damit zu böse helgen soll von einem drachen erwischt worden sein aber die brauchst du du brauchst jetzt ein schwert ne gucken wir mal ähm ja genau hier kommt jetzt die nächste app äh app sag ich mod und zwar können wir jetzt um einiges mehr gegenstände schmieden hier auch im pelzbereich wir haben hier auch jetzt muss ich kurz gucken ist das bei stahl leder das assassinen outfit hätten wir zum beispiel hier mit drin ach guck mal das ist es ähm ganz kurz ich bin ich bin gleich ich bin gleich wieder da ganz kurz ganz kurz wir gehen achso du folgst mir ja jetzt da kannst du auch mitgehen ne wir müssen doch mal ganz kurz springen weil wir haben nämlich was ganz tolles vergessen oder was gutes weiß ich ob es jetzt so toll ist weiß ich nicht aber das ist halt die mod die ich in der zweiten folge gezeigt habe pantas armor da nehmen wir jetzt ähm was nehmen wir tü 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 ähm wir könnten dark wir nehmen die die den hut den tundra haben wir jetzt genommen ne tundra huts tundra gantlets ok süße da bist du ich gebe euch deckung was soll ich nehmen ich gebe dir jetzt mal das hier sei mir also nicht böse aber das darfst du jetzt anziehen obwohl den hut den glaube ich den ziehst du nicht an die boots willst du auch nicht okay dann aber zumindest mal die rüstung hm 30% verbesserung dann mal los oh sieht doch gar nicht so schlecht aus ne kann man kann man kann man lassen kann man lassen so begleitung tue ich dann die wieder hier rein hm 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 da 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 komm wir machen die leder am schienen und sowas machen wir auch mal hier rein und die novizen kappe also die lappe mache ich auch mal so waffen oh ich habe noch waffen die hat gar nicht ach furchtbar konnte ich gar nicht verkaufen das heißt ich gebe deren mal waffen ähm die ist stark ja ich gebe ihr jetzt einfach mal die nordark und das will ich das hier gebe ich ihr jetzt einfach und von den bekleidungen her könnte ich ihr das drachenschild geben dann hat die auch ein bisschen gute verteidigung ein bisschen gut zumindest so und das war es eigentlich ihr geht vor ich folge ok mache ich und das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus muss ich sagen die schuhe passen eigentlich zu dem outfit fast ok wir gehen wieder zurück also das war jetzt ein ganz kurzer sprung ne den darf ich ja mal machen es sind schon stufe 4 läuft bei uns so meine hübsche so weiter geht's wir ähm jetzt muss ich gerade überlegen hier war doch irgendwo hier nicht hier nicht hier nicht hier nicht hier nicht ne eigentlich nicht ja das habe ich schon mal festgestellt wir gehen mal ganz kurz wer bist du ok mhm kümmere ich mich drum ich habe gehört wie er in der beflagten meere damit angegeben ihr könnt es gern versuchen aber ich glaube kaum dass irgendetwas in seinen Dickschädel dringt ok wir probieren es mal wir müssen der Frauenwelt doch helfen natürlich das ist ja ganz klar was braucht ihr setzt euch und wärmt euch auf das ist lieb dankeschön da freue ich mich so ähm ich mag ja eigentlich den der macht gute Musik ok hier ist der nicht drin ach die war oben genau ja achso achso falls ihr Arbeit braucht was haltet ihr dann ein bisschen Feuerholz zu hacken oh die kauft mir Feuerholz ab ok aber wir müssen jetzt erstmal mit Mikael sprechen wenn ihr nach einer Dame sucht dann sucht ihr besser anderswo wenn Mikael sie erst entdeckt dann seht ihr sie nicht wieder ja dann schauen wir mal ähm mhm 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 dann kriegst du sie jetzt ordentlich aufs Maul los zeig mir aus welchem Holz ihr geschnitzt seid so zack voll in die Fresse rein und weg ist ne na tut's gut tut's gut ja und du hast deine weiche Fresse ne ihr habt gewonnen bei meiner Ehre Carlotta wird sich nie mehr Sorgen wegen mir machen müssen so muss das sein das wollte ich hören da ach guck mal du bist das ja ja wirklich? ich würde ja den Göttern danken aber werde mich damit begnügen euch zu danken ach ok ok oh was gibts denn seid ihr durstig? hungrig? beides? nun lasst uns doch sehen ob der Tod euch um was zum Essen das ist so ein schöner Wein auch ein Bierchen oh was teuer das Bier dankeschön hä? ach sag doch gar nichts komm wir trinken ein Bierchen ähm Bierchen 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 ach was benötigt ihr mein Freund gar nichts wir hören uns die Musik an und sehen uns in der nächsten Folge bis dahin haut rein ja der Kopf ist ab die das